ich kann dir das feedback geben Lohnt sich nicht, mich zu ermuten Oh nein, das sieht nach Fallschaden aus Oh ja, das sieht nach Fallschaden aus Ich platziere die mal selber und renne rein, das ist das Problem Mario, ich fand es übrigens auf der Hogwarts-Web geil dass du halt auch, du legst das Schwert ab gehst einen Schritt nach rechts, gehst einen Schritt nach links und das sah so gut aus Genau das ist mir auch passiert, als ich das Schwert geholt hatte Du hattest halt Turtles am Arsch, ne? Habt deine Kinder gesehen und wollte dodgen Ihr rollt irgendwie so Okay Choose the path, peasant Da geht's nicht lang Ah, das ist die Minecraft-Map Kannst du nochmal hier ein Minecraft-Spiel? Kraft-Attack Es gibt sehr viele, es gibt sehr viele Minecraft-Maps Ich bin einfach gestorben Ich würde es cool finden, wenn man Minecraft-Maps einfach einen Garry's-Mod machen kann Dann baut man die in Minecraft vor und dann importiert man die einfach so Ja, aber müsste man noch relativ einfach machen können Wäre voll lustig, dann müssen wir auch mal eine Map bauen Also du kannst auf jeden Fall, wenn ich mich nicht täusche sind die Maps doch auch einfach nur als Objects erstmal 3D gemodelt oder nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert Der Hammer-Editor oder so von Garry's-Mod Der ist ja auch, glaube ich, schon uralt Ich glaube, das ist auch eine Kunst für sich Hm Also die Map sollte ja eigentlich nicht so schwer sein Wäre aber vielleicht ganz cool Ich auch Geil Ich habe ein Problem Ich bin jetzt ganz oben, aber ich weiß nicht, wie ich runterkommen soll Du musst an den Rand gehen und dann passiert es jetzt von allein Nein, nein 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 Er ist unten Ich habe ihm geholfen Digga Smegi hat es runtergeschafft Das freut uns alle Das freut uns alle sehr Ich höre nein Was sind wir da sicher? Man würde ja fast sagen, ich darf mir böse sein, diese Runde Nee, ich glaube, dass das einfach nur ein Fall von Smegi hätte mal nicht tragen sollen ist Ich warte noch Kilma 3 Noch mal, noch mal, noch mal ganz kurz, das muss noch mal hoch Oh nein Ja Ich komme mir nicht hoch Sorry, das ist nicht Blink nimmt keinen Fallschaden Richtig Richtig Das ist interessant Blink hat keinen Damage In Falle Ist da oben auf dem Kreuz wirklich ein Kristall? Nee, ja, leicht Ich mag Toastbrot Was soll das denn? Ach, der scheiß Zeppelin ist kein physisches Objekt Er schmack Er schmack Er schmack Er schmack Er schmack Er schmack Zeppelin ist kein physisches Objekt Nein, physisches Objekt sind doch Schuhe Nein, die ganzen Blöcke hier sind alle keine Entitäten oder wie auch immer ich das nennen soll Das ist alles hohl von unten Sprich Deutsch Ja, ich glitsche durch die Map Deutsch genug Okay Das ist endlich meine Aussage, Kollege Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, aber jetzt gibt's mal ein bisschen Ich habe gerade die Schirren in verschiedene Lorepunkte von DBD getrackt mit die Entitäten und so weiter Aber keine Aussage getätigt Das blöde, wenn du mit One Punch Man wen killst, brennst du noch so lange Man erkennt dich halt über die ganze Map Oh Marie ist gestorben Was mit One Punch Man? Sie wurde gewonnen One Punch Man jetzt tot? Boah Nee, noch nicht Ja, jetzt aber He dead He blow lead One Punch Man Oh Hallo Knechti, das habe ich gedacht, der ist frakal Oh Gott Das war die Mine von Knechti, die vor drei Sekunden gelegt wurde Ja, hi Knechti ist da hinten Ey, schießt du auf mich? Naja Ich hoffe doch Warum? Weil du gesagt hast mit dem Bösen Du hast mit dem Bösen zusammengehalten Ja, ich stand da bei ihm, als er mir die Melon ins Gesicht geblendet hat Er hat so nicht mit mir gerechnet Da muss ich ihn ja nicht direkt über den Haufen ballern Oh, hier ist jemand tot Oh, hier sind die zwei Leute tot Ah, Knechti hat sich ver... Ja, okay, du bist böse Oder? Maru? Nice move So verwirrend Okay, Terz da auch noch am Leben Okay, Terz da ist auch noch da Terz da und Maru sind noch bei mir am Scoreboard Maru würde, glaube ich, mehr reden, denke ich Denke ich Denke auch Maru würde wahrscheinlich was sagen Ich denke, Maru ist tot Komm ich denn hier rüber Und Terz da rüber springen einfach Wer von euch beiden ist der Böse? Also mit Shift, aber du musst rennen Oder seid ihr beide die Böses in dem Fall? Rennen, Shift, springen Schaffst du locker Nee, 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 nee Schaffst du wirklich locker? Ja, Distanz ist super gering Ich kann auch hochkommen und das zeigen Also wenn du versuchst, mich zu töten Komm lieber rüber Also Terz hat gerade Gut, dann machen wir vorbei Sehr Ein Lass geht Hi Ich hab's versucht, aber ich lass es jetzt sein Okay, gut, schwing doch nochmal rüber jetzt Ja, okay, komm Ja Ja Das ist so geil Das ist so geil, ne? Oh, Junge Warum klangst du ihm, Terz da? Oh, Terz da hat sich angefangen zu schützen die ganze Zeit Weil seine Waffe leer war Seine Fahrt-Rock ist einfach leer Achso, das war das Das ist echt ein extra Geräusch Ja, Wahnsinn Das ist ja geisteskrank, wie man hier verarscht Das Schlimme ist halt Dano hat ja nicht gelogen Wer hat's nur verhindert, dass es klappt Ach, Bruder, hör mir auf, Alter Ey, ich dachte so, oh, okay, oben will sie etwas nice sein Ich komm ganz so oben an, eine scheiß Waffe Denk mir so, okay, scheiß, wo ist die Leiter? Ich erkenn die nicht mehr da oben Ja, und dann war es vorbei Aber dann, aber dann sagt jeder in der ganzen Stadt Aber nein, aber nein, sprach nie Also das war sehr lustig Das war sehr lustig Das ist, das geht aber hier vom Kopf Boah, schlug Da wird einem ja schwindelig Ich bin ein Schluckaufbändiger Dafür bin ich zu alt, da kann ich nicht runter Ich bin ein Star Melle, hast du gerade geschossen, nur geschossen? Nee, ich habe geschossen Ich hing in der Türe fest, deswegen hatte ich geschossen Melle, ich habe den Papierflieger am Anfang auf dich geworfen Ah, okay Aber ich wusste auch nicht richtig, wie der funktioniert Das macht nichts Das hat mich nicht ganz inbebracht Wo ist der Typ, der gerade geschossen hat? Ich bin derjenige gewesen, der gerade eben mit der Smeimer geschossen hatte Alles gut, ich bin die Waffe nur nice, das wissen du Achso Wir ignorieren das einfach, Terste Alles gut Ich habe den Sidekick-Schuss nicht gehört Alles gut, kannst wieder Nein, das ist kein Warte, bleib mal fein Dann hast du gerade versucht, mich zu ermorden Ey, du gibst es zu, oder du hast versucht, mich zu ermorden, Terste? Nein, ich habe gefettfingert Achso Ja, ja, ja Ich schlunkzierst du immer noch die ganze Zeit Doch nicht Ja, aber du hast doch schon daneben geschossen Ja, aber dann gibt es noch eine neue Show Ja, aber er hat doch zwei Schüsse schon gemacht mit einer Diegel auf mir Ja, das ist ja das Problem Ich hänge in der Tür Ich bin nur an die Maus gekommen Ich bin Inno Ja, das ist okay Natürlich Ich weiß, mein Gameplay ist schwer zu lesen Ich verstehe das Das hier ist kein Poker Aber wobei Oh mein Gott, du hast eine andere Waffe Ich hätte es mir recht Also, ich habe eine Pistole Darf ich? Nee Und das ist keine Diegel Ich hätte ja gerne die Silent Snipe Wenn ich tot bin, kannst du die haben Aber bitte nicht mich töten Okay Dalo, da bist du irgendwo in der Nähe? Ich sag, wie es ist, aber die Map macht den Böden Dalo, Dalo ist böse Dalo ist böse Ich habe nur eine Pistole im Schloss Ich habe nur eine Pistole Der ist halt auf mich geschossen Zu früh, Exekutus Hallo Drück doch erst, wenn es hoch geht Au Es wackelt schon wieder alles Ja, die Farbe war scharf gegessen Nein, ich will nicht Ich habe auch nicht scharf gegessen Ich habe gerade geschossen, ja Ich glaube, ich wollte dich treffen, Paul Louis Ich habe die goldene Diegel Ich bin tot Stoschi hat einfach hier den Deton gemacht Einfach den Deton Ich bin tot Und Schmiggi ballert hier auch einfach wahllos auf Leute Du hast doch geballert, du hast doch auf den, der vor den lief geballert Ja, auf den, der den Deton gebracht hat Hast du, das habe ich nicht gesehen, ich bin fast tot Das habe ich drauf geschossen Hä, ist so Ich glaube, Smiggi Ja, ich glaube, Smiggi auch Das ist okay Ich schieße ihn trotzdem ab Smiggi würde niemals auf Inno schießen, wenn er Inno ist Achso, Entschuldigung Das war Maru Das war der, der ich dachte Wieso macht er so räudig? Achso, scheiße Ich habe immer noch nur eine Pistole Wie ist das eine gute Pistole? Nee, ich habe die letzte Pistole Also die, die, die E1 Ey, Maru hat eine Melode zu dir gebrochen Ja, habe ich Aber okay, ich lasse es sein Zu mir? Entschuldigung Ja, ja Oh, oh, oh Oh, ich habe mir leichter von der Map fallen sehen Oh nein, nicht schon wieder Oh Mann, wird er sich abschießen lassen Lebt mein Team denn noch? Nein Au Wie viele leben noch? Nur wir? Ich lebe auch noch Leider sehe ich dich nicht Jetzt habe ich keine Chance Die Pistole! Es ist, oh mein Gott Es ist die Pistole Wo bist du? Schmegus? Ich bin im Haus Hinter dir In welchem? Ah, du! Wegen ein fulminantes Ende Das war meine Also, es ist, wenn du schießt auf mich Und dann sagst du Bruder, ich bin noch weggegangen Du kommst mit der Herr mit der Pumpkin Und schießt dauerhaft auf mich Ich habe eine Handpistole Du hast auf mich geschossen, einfach random Du hast auf mich geschossen Nein, du hast auf mich geschossen Nein, du hast auf mich geschossen Du bist schon mies Kacke, muss man ehrlich sagen Ja, hey Maggie läuft an mir vorbei Der erste kommt heute leise, wirklich Ich sag ja, Innos, Maggie Ist die größte Gefahr für alle Innos Ist so Smackstar Warst du resistance, Knechti? Ne, Mirror Ich wusste ja sowieso, dass ich nichts machen kann Ja, aber resistance wäre smooth gewesen Wenn du das oben gehst, so nötil ist Ich komme hier nicht hoch Ich bin der Tregor Der gute Traktor Wenn ihr euch versteckt, finde ich euch Wenn wir uns verstecken, dann findet er uns Das Ding zieht deine Traitor-Waffen Ich habe nicht einer Das Ding zieht deine Traitor-Waffen, wenn du welche hast Achso, dann würden die gedroppt? Nein, du ziehst die dann Du hast ihnen eine Hand Ah, ja, das wusste ich Wie gesagt, der langweilige Das wusste ja Ne, wusste ich natürlich nicht Ich dachte, das ist einfach jeder eigentlich ein random item 2012, Alter Wenn jemand von euch low ist, kann ich euch, glaube ich, healen Aber ich bin Nebula Ja, okay, du kannst dich auch gehen Aber ich könnte dich auch heilen Ja, du mach das Ja, warte, warte, warte Allerdings hat sie danach halt nur Nur fünf Schuss und bis langsamer danach Ey, ihr könnt euch überlegen, ob ihr low rumlaufen wollt Oder ob ihr geheilt werden wollt Ich habe mir gerade so Ach, komm Oh no, ich weiß nicht Ich warte um Mein Angebot steht Ich werde mich auch jetzt verstecken Und jeder, der Heilung erbittet, kann die anfragen Und dann verrate ich euch Das ist wie so ein Rätsel Wie hoch geht das denn hier? Wie geht das dann so? Oh, Weiser Hallo Weiser im Verstecke Nix Auf dass ich mich verrecke Hä? Guck mal Da hätte ich schon vielleicht eine Heilung gebrauchen können Schoschi könnte jetzt ein bisschen Heilung gebrauchen Ja Nee, Schoschi Aber warum bin ich da gestorben? Nichts anderes Im Optimalfall würde ich mir aber wünschen, dass ihr vor eurem Tod zu mir kommt Damit ich auch noch bezahlt werde Ich glaube, da ist jemand gerade vom Turm gefallen Aber ich bin mir ganz sicher Ja, er hatte das Matterweb ran Oh, das war natürlich nicht so effektiv Aber wo ist er denn aufgeprallt? Ich habe nur so einen Klatsch gehört Vielleicht ist er irgendwo im Theater? Wurde schon jemand von euch angeschossen Und der Weg eine neue Karriere? Max, du schießt auf mich Ja, du hast geschossen Max hat jemanden angeschossen Ich bin, ich bin Ich kann dir eine neue Karriere geben Nee, 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 lass mal gut sein Ich kann dir eine neue Karriere geben Ein ganz gutes Jobangebot Ich bleib einfach hier oben auf dem Turm Dann kann ich niemand was tun Ihr bestimmt eure Arbeitszeit auch selbst Mann, Schoschi, geh mir nicht auf den Sack Max, selbstständiges, autonomes Arbeiten Und Eigeninitiative Ja, Doktor, Herr Doktor Ich habe einen Patienten Also, ich sage so viel Ich könnte dir auch einen Patienten liefern Ja, ich wäre bereit, dir einen zu bringen Herr Doktor, dann bring den gerne in meine Festung Ah, okay Dann erhalten wir, wenn du das Lied singst Nee, nein, nein Tun wir nicht Du findest mich an den Spinnnetzen In seiner Fäße Also da, wo wir uns vorhin schon gesehen haben Ja, nur unten im Keller Ist der Max gerade runtergefallen? Nee, okay, der läuft auch auf das Rapper Ja, das sieht mir immer so aus Was macht ihr da? Die Karawane zieht weiter Wollen sie ebenfalls in das Team oder nicht? Nee, erstmal noch nicht Okay, dann Ich gucke mich da nochmal vorbei Okay, aber ich hätte auch Ich produziere zwar Zombies, aber Ich habe Ihnen noch einen hier unter Qualität gesagt Ich habe Ihnen hier noch einen Äh, bitteschön, ich gehe jetzt Tschüss Wir bringen halt auch die Creme de la Creme Maki, mach keinen Mist Hey, Kaffee Moment, ich habe eine Taube Das ist aber ein netter Vogel Ja, das ist ein netter Vogel Den habe ich bekommen gerade Ich weiß auch nicht hundertprozentig, warum Marco eine Taube hatte Aber ich weiß nicht Seid ihr so Achso, ihr sollt aufhören durch die Spinnnetzen Also die Spinnfäden machen euch langsam Oh wild Ich glaube, meine Zombies Nee Das Personal ist auch schlechter geworden Die bewegen sich ja gar nicht Boah, wenn ihr dran seid Boah, wenn wir bei euch sind Die müssen auch noch beide haben eigentlich, ne? Wir stürmen gerade über die Map Oh ja Los, macht ihn Smaggy Ja, boah Smaggy mit dem One-Click-Bumm Oh, sehr gut Mit dem One-Click-Bumm, Alter Oh, nice, nice Ich hatte gerade die ganzen Traitor-Items in der Hand Und du hast gar nichts gemacht Das finde ich voll nett von dir Okay, Tim, ich bin Tracker Ich such sie Ich finde sie Ja, hier zum Beispiel den einen, den ich gerade in der Brücke habe Es leben noch Arsch viele Ich sehe das doch gar nicht, ob du ein Traitor-Item hast Denk mal an mein Alter Ich habe das die ganze Zeit gespämt, deswegen Aha Okay Ich habe das dumme Gefühl, ich habe gleich keinen Marsen-Stand gegen Zombies War gelogen, ich bin's Ich bin so langsam Ich fürchte mich Ist ne Zombie-Apokalypse irgendwo Oh, guck mal, da ist ein Bösi Oh, warte mal, der hat ein Messer gehabt Wild Nicht wirklich Hattest du noch ein paar Zombies, oder? Ja, die laufen Meine Zombies sind verbuggt Die laufen mit einem kmh Also, weniger Oh Die sind also wahrscheinlich immer noch da Du bist der Letzte übrigens Also Äh, ja, ich Dachte mir Ich gebe dir eine faire Chance Ich bin hinter dir auf der langen Brücke Oh, das ist aber lieb von dir Ich habe halt keine Sniper Also so fair ist die nicht Ich gucke auch gar nicht in deine Richtung Okay Bin ich nett von dir, danke Das war nur miesig geltet Hier Niederschmerzen, Schnupfen Meine Augen brennen Ich mag die faire Chance Aber irgendwie war meine nicht so fair So, wo sind jetzt hier die Bösis? Ja, ich komme gleich zu dir Alles gut Ich, äh, versuche hier kurz noch Aber vielleicht ist es doch nicht vorbei, du Arsch Nebula Ne Das Schlimme ist Ich habe ihn kontrolliert Das stimmt, die langsame Geschwindigkeit Ist bei mir auch ein Spectator Oder ist das lange Oh, nein Das ist, das war mies Ist das vielleicht, weil sie in den Spinnweben irgendwie spawned sind? Ah Bei mir ist sogar im Spectator noch Ich war super drauf Ich kam zu Knechti hoch Sogar mit der Salki-Kniegel in der Hand Und Knechti bringt mich einfach um Ja Ja, ich wollte halt nicht in dein Team Ja, es ist ja Die hatte schon ein Team Okay Hm Also die Wer hat anscheinend keine Skybox Wo Spiderman anspidern kann Ach, das war ne Sag ich ja Das habe ich doch vorhin schon erzählt Ich würde gesagt, dass der Arz-Tappeli nicht dicht ist Ich bin, ich bin drei Sekunden als Zombie am Leben Schon kriege ich einen Spruch von, von Dalu gedrückt Du hast mir nicht mal die Möglichkeit gegeben, mich zu beweisen Aber du hast dich danach bewiesen und ich fand das krass Aber wirklich Ich stehe auf Ich stehe gerade erst aufhören nur so Ja, ich vertraue einem Mitarbeiter besonders dich und statt mich dabei an Du hast mich halt angeguckt Ich möchte hier runter, aber ich traue mich nicht, bis jemand Chaos ausgelöst hat Wir haben viel zu selten Chaos diesmal Ja, das ist auf der Map halt auch etwas gefährlich Ich hätte gerne eine Waffe Gibt's nicht Möchtest du die selber benutzen oder möchtest du die haben, dass ihr dich abschießt? Oh Ich wurde mit irgendwas angesch... Hi Blauli Hi Blauli Hallo Karte Hallo Karte Hallo Karte Äh, äh, ja, äh, hallo, Klaa Hallo 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 Klaa Das ist ne nette Begrüßung, muss man ihm lassen, also Ich weiß auch nicht, wen er meint Na, hallo Klaa meint er Ich, 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 ich Immer noch keine Waffe Also irgendwer war grad immer aufgehoben und hat auch dich getroffen, ich weiß nicht wer Das giftet mich auf Ne Okay Oh nein, war Maru das dann überhaupt? Leute, wisst ihr, wer auf dem Turm fragt? Ne, das war ich Nein, dann tut's mir sau leid Äh, sauch ins Auge Maru, das tut mir leid Ich stand da drüben, als ich vergiftet wurde und bin mit dem Float rüber geflogen und du saßt hier Ah, okay, nehm ich Ich hab ne Disco-Ulator Fang Was war das? Schatz, aber auch machst du sowas? Ich bin sehr traurig, dass die Balouis nicht mehr drauf sind Oh, hallo, Mel Hallo Warum hast du grad die Disco geworfen? Ich hab die nicht geworfen Wo hast die geworfen? Schup Das ist richtig Warum ist hier oben so viel Blut, wo du gerade eben warst Mel Ach, das neigt jemand auf mich, das ist aber unhöflich Da, 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 da Schießt jemand auf mich, das ist aber unhöflich Er wird einfach weiter auf mich gebandert So eine frechende Frechheit, die Frechheit ist Auf Katze, Katze ist zu nett dafür Ja, das schießen einfach Leute auf Katzen Oh, heu doch Sei ruhig, dann schieß ich auf dich Hallo, Knick, ich sehe dich Hallo Ich muss gerade vor Shashi flüchten War das okay? Ey, sag mal, das ist nicht dein Ernst Oh nein, oh nein Ich hab nichts gemacht Falls du mich meinst Mel macht Fliegi Lauli rennt da oben rum Ich flieg gar nicht Maggie macht da oben Dinge Hupach, hupach Was kräusst du das alles? Geet Hallo Das tut auf, Dinge Hello Das Problem ist, der Chaos existiert halt noch Man darf nicht in die Nähe von irgendwelchen Kanten gehen Wissen wir nicht, oder? Naja, er ist halt vorhin da gewesen Das hat sich ja keiner dazu geäußert, wer es ist, ne? Ach, Lauli, wer könnte es nur sein? Tja Blauli so als Bruce Wayne Blauli so als Bruce Wayne Blauli so als Bruce Wayne mit Batman ist cool T-Shirt So, wer könnte Batman nur sein? Ich weiß es nicht We will never know Who could it be? Oh nein Levy osin Geht's euch doch ganz gut, oder? Das ist das Problem, weißt du? Method Actor in deiner Position ist immer automatisch so Das funktioniert nicht anders Oh Gott Wieso sagst du, oh Gott, was ist passiert? Weil ich ihm, äh, meine Fähigkeit gedrückt habe und damit gerechnet habe Also alles gut Ist halt ungut, weil sie Hunter ist, ne? Dementsprechend Nee, will ich nicht Nee, ich glaube ich nicht Hunter Äh, wie wirst du denn vorher noch auf das Dach hochgesprungen? Das ist eine bodenlose Frechheit dann Auf welches Dach? Ja, auf das Dach hochgesprungen Das war ich aber Du lebst ja noch Nein, du schießt nicht auf mich Du bist die ganze Zeit auf mich am Elm Ich muss den anderen Weg gehen Ich guck dich an, ich eh so ein Jocki Guck mal die beiden da Wann guck nur drauf, Elm ist fast das Gleiche in diesem Spiel? Einer von beiden muss böse sein Wir können vielleicht auf erhöhte Position gehen und das dann beobachten Hm, ich darf nicht auf erhöhte Position Bin schon abgehoben genug Blüm Ist da irgendwas passiert? Äh, ne, ich hab nur Lull gesagt, falls du das machst Mel, komm mir nicht zu nahe Warum, ne? Sieh mich nicht so an Ich bleibe im Hellen stehen Da, wo die Du musst jetzt aber langsam auch mal killen, Bloudi Oder? Findest du nicht? Ja, Mel ist Safe-Killer und wahrscheinlich auch Bloudi Darfst du dann? Wieso würde sie mich dann angreifen? Ich kenne Ja, weil es immer noch zwei verschiedene Oh, das ist ein Shark-Trap hier an der Mühle Oh, Mel war an der Mühle zuletzt Schocki-Shark Mel und Baloui habe ich da oben gelassen Und hier oben ist niemand, also gehe ich wieder runter Hui Mel, tut mir leid Was denn? Au! Ich mach gar nichts Hey! Das weiß ich nicht Hey, es ist Maggie Der, der Lächer Hallo! Hey, die ist da drüben Die Shark-Trap ist da drüben Ich weiß Die andere Tür Maggie, hast du mich jetzt beschützt? Kannst du gerne reinkommen? Nee Das ist Maggie Warum kommst du wieder, Mel? Mel, warum kommst du wieder? Weil ich da lang gehen wollte Ist denn das da? Hallo, Mel Wenn ich dich töte Ich bin, ich bin auf jeden Fall Interessant Ich muss mich nicht drum kümmern Was die anderen tot sind Du hast auf mich geschossen Also ich bin eher dafür Dass Maggie einfach abgeschneit wird Ja, dann komm und versuch das mal Aber noch niemand irgendwie confirmed ist Das stimmt Ja, viele könnten runtergefallen sein Die können mehr von Stil haben Halt! Ja, nee, Balou Es war anscheinend falsch Du kannst ja nicht einfach so töten Ich hab zwei jetzt gefunden Hier, da, wo die Hebel sind Hallo Hast du dich gerade vom Blauli abhängen lassen? Das ist aber auch wild Von Blauli? Ja Ich dachte, der war hier gerade und rumgeballert Nee, Blauli hab ich abgeknallt Der ist tot Oh, wir bräuchten den Confirm Einfach nur, um zu wissen, woran wir sind Ja, ja, also er war tatsächlich Und Mel war Sidekick Okay, das bedeutet Okay, wenn sie Sidekick ist, dann wirst du nicht Jekyll sein Hi, Smaggy Ich bin nicht böse, ich bin nicht böse Okay, Smaggy ist nicht böse Ich hab einmal auf ihn geschossen Und er ist nicht böse Das bedeutet entweder Okay, ich werde Hey Hey, hey, hey Beruhigen wir uns Beruhigen wir uns Ich bin fein Hey, beruhigen Hey Wurdest du Sidekick von Bad? Nicht durch den Zaun schießen Nicht so gut zumindest Ja, das funktioniert Wie wirklich nicht so gut Ja, warte mal kurz E Dream Was für Ok Megan, kannst du ja auffnung Dich einfach in Luft aufzulösen? Flo? hallo macht wurde vergiftet bin hoch geflogen mit float und du sagst in dieser ecke so als wenn du dich vor mir versteckt ist wenn sie sein willst du nicht ja karl sein macht auch so gar keinen sinn oder ich fand das ich fand das super weil dadurch dass die zeitkick war musste ja davor schon jackal sterben und da wir haben ja aber das habe ich ja nicht gesehen ich kann nur auf fakten arbeiten die wir sehen dann report hat endlich mal leichen ihr kex ich war der chaos er hat gelacht während er mich tötet wenn man lacht darüber dass man jemanden tötet als wenn man gar nicht sagt das ist ein bisschen ich habe gerade irgendjemand irgendwas geplänt erwarte ich schenke leuchtet nein komm mit auch junge es kacht ihr vielleicht was für ein schlechter ne ist das schussi die ist immer noch ich würde die melden meinen gerne fisch zu dumm dafür oder ich habe keine explosion von der melde ja gut ich habe es in gta auf jeden fall gefunden wie bitte nicht die mel wo ist nur mail kristalle werden gesnackt im ja ich nenne es mal leuchtturm kam hinterm luftschiff da aus dem welchen ich habe eine frage machen was du gegen den machen kannst bei mir anders abschmieren also wenn es nicht mehr geht das hat mit es aber in der sekunde kam hallo zu mir nein ich habe bewusst daneben geschossen nein du hast ich kann nicht jetzt töten und du bist trade-up nein wirklich nicht das ist doch das ist doch mal guck mal das ist doch wie erwachsene menschen einfach mal ausdiskutieren nein das machst du ja nicht guck mal ich bin einer ich schieße ja bewusst dagegen daneben hast du gerade im schlitter alter mann du hast nicht bewusst daneben geschossen wolltest du wieder one shotten wollte ich wirklich nicht gehst du wieder weg und hast so hahaha war daneben absichtlich ja das stimmt vielleicht manchmal aber heute nicht aber jetzt schon nein genau jetzt wirklich genau jetzt die situation nein das war die wahrheit ich hänge fest das ist gemein die tür ist gemein so ich gehe nach hause der papierflieger ist ja natürlich also haben wir schon mal zwei der bösen wo ist items da wo ich gerade schon war ich habe meine fähigkeit verlor ich dachte ich wäre noch ich hatte konzil und jetzt bin ich nicht mehr fies ist noch jemand gestorben das müsste items gewesen sein nein ich lebe mein hey 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 beruhigen wir uns ne doch nicht jetzt bin ich einfach abgeschossen achso ja ne Entschuldigung ja alles gut ich hab mich uuuh ma da los droht smaggies leiche sieht von hier oben aus als würde ich das ist nicht das ist schon zwei leute gewesen die runde holy shit alle leute alle leute ich hoffe jetzt jeder außer sie selbst wie geht es ganz ok ne wie geht es dir bruder hey danke dir für 16 monat du spürst dein herz hier ist gerade bei ich bin ein bisschen in der spur heute 3,2,1 jetzt wie geht es dir wir kommen im stream ja jetzt ist Baloui da keine angst nein ich bin richtig frech hängen geblieben jetzt reicht's habt ihr ihn? ja gut der geht hier wieder rum schnippern 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 ja ja bei louis ja klar mit einer schrottflinte oder was ich glaube hier ich habe hier drüben vorhin eine dame gesehen die lange nicht geredet hat auch mel oder drüben bei mich neben bruder mel 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 das muss eh so sein dass dieses programm dauerhaft auf eurem fernseher auf eurem pc läuft ich sehe da gerade einen frosch auf eurem telefon auf eurem ipad tablet bei euren liebsten bei den leuten die ihn nicht mögen egal wo es muss immer laufen wir sind gerade bei 19 wir auf der dtt viel zu z aktiviert ihn aber das glaubt ihr alle sind gelogen oder ein fleck auf den pulli? wo? wer könnte es denn nur sein? da habe ich einen fleck auf den pulli? ne ihre frösche greifen sie gerade an ah ok uuuh 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 hört auf auf mich zu schießen ich bin es nicht hallo wer dann frech ok dann schieße ich nicht mehr dann bleibe ich nur bis zu hast du die gefunden sehr gut wir sind 38 wir müssen noch mehr aktivieren und ich habe gesehen jemand hat in euro noch donated für den rechner ich danke dir an dieser stelle kuss kuss in welchem haus den ganzen support leute nein natürlich nicht du hast mich gestresst hallo ich war unter stress das problem war da ich habe wirklich damit gerechnet dass du jede sekunde auf mich schießt weil du genau gekallt hast wo der schuss her kam also ich habe glaube ich jemanden gekillt und wo ich genau und dann du hast es halt gekallt und ich so boah ich glaube ich bin gleich tot also erst habe ich versucht von der map zu schubsen aber da bist du genau rechtzeitig wieder weg ja das habe ich gemerkt und da genau und da wusste ich ich wechsle die map ich wechsle die map was kommt jetzt noch mal eine schnelle map wo schnelle runden passieren was sind denn die effektiv ich sorry ters habe ich hatte scheiß rollen ja alles gut alles gut ja moin schnelles essen verdient das nur kalli ich habe doch nur liebe für dich übrig wie die erste mal trader jetzt hat rein ach dite hat rein tüte war eine tüte hat mach z z z z z z z Bis zum nächsten Mal.